Höre Kurt Krömer, Feelings ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Geil, ihr kriegt das ja nicht mit, aber hier war heute, kennt ihr das, wenn ihr so verschlaft, wenn ihr aufsteht, ihr steht auf, guckt auf den Wecker und kriegt sofort schlechte Laune, weil ihr merkt, ich bin jetzt schon nach, also ich bin eine Sekunde wach, aber schon eine halbe Stunde zu spät. Und was ich mir antrainiert habe, muss man wirklich sagen, über 20 Jahre lang mit Coaches und Therapie und auch vielen Tabletten, die ich nehme, weißt du, dass mir das scheißegal ist, dass ich dann sage, gut, verschlafen ist halt jetzt verschlafen und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich bewege mich dann auch nicht schneller, dass ich jetzt renne oder in so eine Hektik verfalle, weil mein Vater hat zum Beispiel früher mal gesagt, wenn man zu spät ist, ist man zu spät, bist du eine Viertelstunde zu spät oder eine Stunde, ist egal, da wo du hingehst, in der Schule oder zur Arbeit oder auf dem Podcast, werden die Leute sagen, es ist halt zu spät, ja, weißt du, von daher, auch wenn ein Bus zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sehe jetzt, ich muss einen Bus nehmen und jetzt kommt der Bus und ich kann mit den Augen schon errechnen, dass ich jetzt ein bisschen schneller laufen müsste, um diesen Bus noch zu bekommen, werde ich nicht schneller laufen, sondern einfach dann sagen, naja, 10 Minuten kommt da der nächste, ich werde da jetzt nicht rennen, ich muss ja dennoch abliefern hier, ich bin ja auch gebucht worden, wie Olaf Scholz, was hat Olaf Scholz damals gesagt, sie haben einen Komiker gebucht, sie kriegen auch einen Komiker, weißt du, ich hatte, jetzt mal ernsthaft, ich habe vor, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren habe ich mal einen Dreh gehabt, das war die internationale Show noch, morgens um neun, Polizeiwache gedreht, nicht jetzt abgeführt oder so, und ich habe mich morgens noch mit meiner Ex-Frau gestritten, aber richtig, die Fetzen sind geflogen, die Willi, Willi und Bochtassen sind auch geflogen, und dann bin ich da angekommen, erst mal ne halbe Stunde zu spät, dann sollte so ein Sketch drehen, dass ich abgeführt werde von der Polizei, und dann war ich erst mal ne halbe Stunde zu spät, der, der Regisseur damals hat vor Freude schon Blut gekotzt, und hat gesagt, das ist scheiße, und ich habe dann gesagt, pass mal auf, ich bin nicht gut drauf, ich bleibe jetzt hier noch ne, also ich bleibe so lange jetzt in diesem Auto sitzen, bis ich wieder gut drauf bin, weil was nützt mir das jetzt als Komiker, dass ich jetzt völlig genervt mit einer beschissenen Kacklaune in diesen Sketch reingehe, den schlechtesten Sketch aller Zeiten aufführen werde, wo alle Leute sagen werden, das ist, also er hat viele schöne Sachen gemacht, aber das war der beschissenste Kack-Sketch ever, weißt du, wo ich denn daraufhin ne Pressekonferenz gebe im Olympiastadion vor 18.000 Journalisten, und dann sage, ja, aber, weißt du, ich war pünktlich gewesen, das interessiert denn keinen, ob du pünktlich denn bist, das kommt ja auf das Resultat drauf an, ob du denn gut ablieferst oder nicht. Und dann habe ich, ich war da zwei Stunden in dem Auto gesessen, und dann habe ich mit bester Laune den besten Polizei-Sketch gedreht in der Geschichte, ich will jetzt nicht übertreiben, aber der Comedy-Szene, ich habe, was Polizeisketche angeht, muss ich jetzt, und ihr wisst, ich bin die Bescheidenheit in Person, das Rad neu erfunden in der Geschichte. So. Man hätte das doch alles abkürzen können. Leute, Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Ich werde aber nicht sagen, dass es zum Beispiel jetzt nie wieder vorkommt, weil dann habe ich ja wieder Druck. Dann habe ich beim nächsten Mal Druck, weil ich dann sage, ich habe ein Versprechen abgegeben, was ich jetzt gebrochen habe. Also, das einfach mal als Tipp jetzt des Tages. Leute, wenn ihr zu spät seid, geht nicht schnell duschen, sondern lange baden. Ja, geht lange baden, macht nicht jetzt irgendwie euch schnell einen Kaffee, sondern einen Tee, der 18 Minuten noch zieht. Und dann kommt ihr mit bester Laune ins Büro an, verstehst du, nehmt euren Chef in den Arm und sagt, na Digi, bis ich an schon spät gekommen heute war. Ich habe jetzt gerade vergessen, in welchen meiner vielen Podcasts ich jetzt bin. Und dann habe ich die Maske gesehen und wusste, das ist der Podcast, der mit der Maske. Der Frosch mit der Maske. Das wäre jetzt zum Beispiel ein schöner Podcast, der Frosch mit der Maske. So, los jetzt. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. Oh, was ist jetzt hier? Der Fernseher ist wieder auf dem Tisch. Oh, moin. Moin. Wer bist du denn? Ich mache so Streaming auf Twitch. Papa Platte. Wie? Keine Ahnung, ob du kennst. Papa Platte? Keine Ahnung, ob du kennst. Kann sein, dass du dich kennst. Bist du der Sohn von Peter Plate von Rosenstolz? Nee, nee, nee. Leider nicht, nee. Nee, ich mache so Streaming-Stuff. Also, ich streame Videospiele quasi und labere dumme Scheiße. Geil, das ist aber geil. Das ist ja das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden aus der Gamer-Szene dabei habe. Aber ja, hast du noch nie so jemanden gehabt, irgendwie so YouTuber-mäßig oder so? Nee, mit den Leuten, mit denen ich mich hier unterhalte, die wissen ja nicht, die spielen noch Pong. Kennst du Pong noch? Klar, sehr geil mit diesen weißen Dingern, oder? Ja, diese Schiebedinger. Ja, normal, sehr geil. Ich meine, das sind so Klassiker, die sind so simpel und so gut. Es braucht nicht immer so die beste Grafik oder so, weißt du? So, diese alten Dinger, die waren krass. Die brauchten einfach nur irgendwie so 2D-Grafik. Das ist ein Klassiker. Wie lange könnte man jetzt so ein Pong-Spiel twitchen? Wie lange könnte man mit Pong live gehen, bis einer sagt, hast du einen Arsch auf? Boah, das kommt ein bisschen drauf an. Wenn man das jetzt einfach nur das machen würde, wahrscheinlich nicht allzu lange. Aber wenn man, also meistens sind so die Sachen, die wir machen, eh semi-interessant, sondern mehr so das, was wir so drüber labern, weißt du? Ja. Also wenn ich jetzt dabei die lustigste Story überhaupt erzähle, dann könnte ich das auch 4 Stunden lang machen. Das ist wie bei mir, dass die Gäste auch uninteressant sind. Hauptsache ich bin dabei, weißt du? Das sind bei Dioce, da hast du die Leute gesagt, ja, scheiße auf die Gäste, kümmern wir mal gut drauf, weißt du? Ja, 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 so ungefähr. Ja, doch, das ist damit gut zu vergleichen. Sind wir ja Kollegen fast, wir machen ja genau das Gleiche. Fast, ja. Und wie alt bist du? Ich bin gerade 27. Achso, ich dachte schon, du bist noch ein junger Mann, aber du bist eigentlich ein alter Sack mit 27. Da geht's bergab. Und sag mal, ist das ein eingetragener Beruf, Twitcher? Ich hab keine Ahnung. Also laut meinem Vater ist das, glaube ich, kein eingetragener Beruf. Der würde, glaube ich, sich immer noch wünschen, dass ich mein Elektrotechnikstudium zu Ende mache. Was Anständiges. Ja, was Anständiges. Mach erst mal was Anständiges, und dann kannst du immer noch in diese brotlose Kunst einsteigen. Ja, genau. Aber klar, ist schon ein Beruf halt. Also haltertainer-mäßig quasi. Und wie viele Follower hast du? Boah, unangenehm, Alter. Also auf Twitch sind es 1,6 oder 7. Nee, 2 Millionen. 2 Millionen. Achso, das ist ja viel. Ich dachte gerade 1,7 Menschen. Also eine Mutter und ihre Tochter. 1,7 ist aber schon richtig fett, oder? Ja, ist auf jeden Fall krass. Also hätte ich auch selber natürlich, also sagen immer alle, ne, aber hätte ich selber natürlich auch nicht erwartet irgendwie, dass, wenn man das so angefangen hat, dass es dann irgendwann mal so endet. Das ist schon krass. Weil dann musst du mal dein Vater deine Zahlen vorlegen, dann wird er sagen, achso, entschuldige bitte, mein lieber Sohn. Habe ich schon. Ich glaube, dem geht es auch gar nicht um irgendwie Geld oder so, sondern dem geht es einfach nur darum, er würde einfach sich wünschen, dass einer seiner Söhne das Elektrotechnik-Studium einfach zu Ende macht. Weil mein Bruder das auch schon nicht so richtig gemacht hat und dann wollte er, dass ich das mache. So, weißt du? Ich würde als Vater nur sagen, mir wäre wichtig, dass du mal in frische Luft kommst. Ja, ja, ja. Weil ihr sitzt den ganzen Tag in eurer Stinkebude und geht dann live, wa? Na, also ganz so krass ist es nicht, aber natürlich, also ich streame halt von zu Hause aus meinem Streaming-Zimmer, meinem sozusagen Büro. Da bist du halt, also ich bin halt schon so neun Stunden live jeden Tag, da bist du halt neun Stunden halt gebunden an den PC. Aber davor und danach versuche ich schon, also rauszugehen. Das ist jetzt nicht so, dass ich nie rausgehe. Aber, ja, also spätestens meine Freundin zwingt mich auch dazu, dass wir irgendwas machen, was auch gut ist. Also, ja. Neun Stunden bist du da am... Aber manchmal mehr, manchmal mehr. Live, durchgehend live, ohne Pause. Also, ich fange meistens 15 Uhr an und dann halt bis 0 Uhr. Ja, das ist so quasi so der Rhythmus. Ist auch alles so ein bisschen so umgedreht. Also, ich sag mal, der, in Anführungsstrichen, normal arbeitende Mensch, so der steht auf, geht arbeiten und hat dann Freizeit. Und bei mir ist es meistens umgekehrt, dass ich quasi früh aufwache, dann erstmal ein bisschen Freizeit habe und dann quasi mit meinem, ja, Job anfange, in Anführungsstrichen. Na ja, aber man kann, also ich bin dafür, dass man sagt, dass das ein Job ist. Also, wenn ich jetzt neun Stunden im Büro sitze und irgendwelche Tabellen ausfülle oder du neun Stunden am Computer hockst, ist so, ja, ist halt... Safe. Ist halt ne neue Geschichte. Wie lange gibt's Twitch oder wie lange gibt's diese Streaming-Geschichte seit... Also, ich mach's seit... Also, es sind jetzt zehn Jahre quasi bei mir. Ja. Naja, ein neuer Beruf, der da erfunden worden ist. Das ist doch geil. Und wie ist, also, wie verdient man damit jetzt Kohle? Also, du gehst jetzt live und dann spenden Leute Geld oder zahlen die ein Abo wie bei Onlyfans oder wie läuft das ab? Ziehst du dich auch aus? Das wäre so mein Fragenkatalog jetzt. Ja, wenn die Leute fünf Euro spenden, dann vibriert da sowas in meinem Arsch und so mäßig. Und dann lachst du kurz vor und bedankst dich. Also, es gibt verschiedene Sachen quasi, so wie bei jetzt zum Beispiel Fernsehen oder YouTube, gibt's halt auch Firmen, die irgendwas einbuchen, die sagen, hey, spiel mal unser Spiel oder so für ne Stunde oder zwei, dann kriegst du dafür deine Knete. Oder alternativ kannst du Donations bekommen, also spenden quasi. Ja. Also, jetzt nicht im Charity-Sinne, sondern einfach so. Trinkgeldmäßig vielleicht so ist eher der bessere Begriff. Und dann können die Leute quasi, das ist ein bisschen wild für Leute, die nicht so drinnen sind in der Szene, aber die Leute können quasi dir drei Euro da lassen und dann sowas schreiben, also die können einen kleinen Text dazu schreiben, irgendwie, hey, guck dir mal das Video an, spiel mal das Game, ich feiere, was du machst, was denkst du zu dem und dem Thema. Also, die können so ein bisschen den Stream mitgestanden. Ja, geh mal offline, du Hund. Ja, sechs Euro, kauf mir mal einen Döner, geh mal raus. Ja, also so mäßig quasi und dann gibt's noch on top so ein Abo, was aber nicht jetzt wie bei Onlyfans oder so wirklich irgendwas freischaltet, sondern das ist mehr so ein Community-Ding. Das ist ziemlich schwer zu erklären, also das heißt Subscribe, also Twitch-Subs quasi, also Subscriber einfach. Ja, das ist mehr so ein Community-Ding, also das machen die einfach, um zu supporten quasi. Also das ist genau so, es gibt eigentlich keinen richtigen Mehrwert. Man könnte den kompletten Stream komplett umsonst genießen, du müsstest keinen einzigen Cent ausgeben. Es ist so geil, dass du da bist, weil ich ja gerne auch spiele. Was ist denn gerade das Spiel? Lass mal die Top 100 durchgehen jetzt, wir haben ja Zeit. Ja, also das Ding ist halt, ich glaube so, das kommt so ein bisschen darauf an, was man jetzt will, aber also so das Wichtigste ist wirklich, dass man was zockt, was einem selber Bock macht. So, weißt du, wenn du was zockst, was die Leute zwar sehen wollen, aber die merken, du machst das halt jetzt nur, weil die Zahlen stimmen sollen oder so, weißt du, wie ich meine? Dann ist es auch scheiße. Also ich glaube, so ein All-Time-Klassiker ist einfach Minecraft. Ja, das kann ich sehr gut. Das ist seit zehn Jahren da. Das wird auch in den nächsten zehn Jahren noch da sein. Ist auch nicht langweilig, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich gebe jetzt morgen eine Pressekonferenz und sage dann, ich mache jetzt Minecraft. Ich glaube nicht. Weil ich spiele das gerne. Ich habe meine ganzen Welten abgespeichert. Meine Welt heißt Ostern 2020. Da habe ich angefangen damit. Wirklich? Ja, ich habe so, ich habe durch mein ganzes Land so Schienen jetzt gebaut. Ja, geil. Und selbst gecraftet. Also jetzt hier nicht im, wie heißt dieser Modus da, dieser, wo man alles umsonst kriegt. Creative. Creative Modus. Nee, nee, im normalen Modus. Durch den Tunnel durch. Ja, Survival. Ja, das ist wichtig. Das macht auch mehr Bock. Ja, das ist geil. Also ich glaube, das ist so ein, weil das ist so ein Game, das ist so das beste Beispiel für das, was ich am Anfang meinte. So, Minecraft ist so das, was man daraus macht. Weißt du, was ich meine? Ja. So, du kannst aus Minecraft, also ich habe einen Homie von mir, der macht seit zwölf Jahren nur Minecraft. Ja, Grüße. Und der macht jeden Tag zehn Stunden nur das. Nein. Und bei dem wird es nicht langweilig. Der kommt immer wieder auf neue Ideen. Wie heißt der? Na, sag mal den Namen. Basti heißt der, ja. Was, wie, wo finde ich den? Also der heißt Basti GHG, heißt der, ja. Der macht so Minecraft Challenges auch. Das klingt jetzt ein bisschen low erstmal, aber der überlegt sich mal wirklich sehr, sehr geile Sachen. Aber ich gehe recht in der Annahme, dass das Spiel, hast du ja auch schon gesagt, eigentlich scheißegal ist, sondern das, was du dann erzählst. Also ich könnte jetzt auch Minecraft spielen und über aktuelle Tagespolitik in Deutschland sprechen. Voll. Gerade bei Minecraft ist es doch geil, weil du hast auch voll viel Zeit, wo du irgendwie nichts machst, wo man, keine Ahnung, ein bisschen in der Höhle rumläufst oder so. Ein bisschen Kohle abbaust oder so. Ja. Und du machst das alleine. Du bist jetzt, wo sehen wir dich jetzt gerade? Ist das eine angemietete Wohnung, wie man das macht, wenn man millionenschwerer Streamer ist? Nee, ist einfach mal. Oder ist das eine Kulisse in Babelsberg, die nachgebaut ist? Nee, wir sind nicht in Babelsberg. Alles so ein bisschen auf Pillow. Hol mal was von Ikea. Stell mal hinten rein. So auf Handel, auf so bodenständig. Damit die Natürlichkeit und die Bodenständigkeit mir noch abgenommen wird. Nee, nee. Ich bin einfach ganz normal. Also ich wohne in Köln gerade. Das ist ganz normal in meiner Wohnung. Also immer ein Zimmer mehr so pro Wohnung, die ich jetzt hatte, die dann nur dafür da ist im besten Fall. Also das Zimmer, was nur dafür da ist. Und ja, also ich bin einfach zu Hause. Das ist auch, ich glaube, wenn man so ein Büro hätte, ist das nicht derselbe, dieselbe Energie so, die man dann hat. Weil dann gerade so dieses gemütliche, dieses Zuhause-Ding ist ultra wichtig, finde ich persönlich. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie in so einem, ich habe schon oft drüber nachgedacht, wenn man jetzt so ein Büro hätte oder so. Ich weiß nicht, ob das dann so gemütlich wäre. Bisschen steif, glaube ich. Ja, genau. Ist ein bisschen so zu produziert irgendwie. Weil das das, was es ja so geil macht, so, dass es halt, dass es so super nah an den Leuten dran ist. Weißt du, was ich meine? Beim Fernsehen oder sowas, da ist es ja super distanziert immer. Und auch bei YouTube inzwischen schon sehr durchproduziert teilweise. Und so auf Twitch hast du noch so dieses amateurmäßige Gefühl, finde ich. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch feiern. Gerade bei diesem Livestream-Ding. Und jetzt hast du eine Freundin und ist natürlich perfekt, weil deine Freundin niemals zu dir sagen kann, hör doch mal auf mit denen, scheiß Spielen. Sondern du immer sagen kannst, Baby, das ist mein Beruf. Wenn wir nicht verhungern wollen, muss ich jetzt noch vier Stunden Minecraft spielen. Es ist so, es ist traurig, aber Arbeit geht vor. Was soll ich machen? Das ist natürlich das Beste, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, also meine Freundin sagt auch regelmäßig, sie würde keinen Zocker daten. Was ich nicht so ganz checke, weil, also. Naja, weil Zocker das ja nicht beruflich machen vielleicht. Ja, nee, sie meint damit so mehr so, dass ich so jetzt zum Beispiel dann irgendwie, weiß ich nicht, FIFA zocke, anstatt mit ihr zu chillen oder so. Das passiert ja nicht. Aber sie weiß schon, was du machst. Oder bist du da eingesperrt in so einen Geheimraum? Nein, nein, nein. Wo man so einen Code drücken muss an eine Tapete und dann geht eine Wand auf und da ist das Gaming-Zimmer und deine Freundin denkt, naja, der ist Elektrotechniker. Nee, 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 die weiß Bescheid, die weiß Bescheid. Und wie oft gehst du jetzt online? Eigentlich sieben Tage die Woche. Wie? Ja, also sieben Tage die Woche. Sieben Tage die Woche? Ja, also gerade ist es wirklich irgendwie ein bisschen krasser geworden, aber ich habe... 70 Stunden Woche. Ja, ich glaube, ich bin so 260 Stunden im Monat online ungefähr. Ja, das ist dann 130, ja. Bisschen weniger, 65 oder so. Komm, wir gehen mal die Siemer-Reihe durch. Sieben, 14, 21. 28, 35. 28, 35. Ey, bist ja nur vor der Glotze. Hast du eigentlich quadratische Augen? Das, was man immer sagt bei Kindern, wenn ihr zu lange da zockt. Hast du schon mal quadratische Augen gehabt, dass wir den Mythos jetzt zerstören können? Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe das schon mal, das, was meine Mom als quadratische Augen bezeichnet, hatte ich schon mal. Die sind dann nicht wirklich quadratisch, aber die fühlen sich an wirklich wie Dreck. Also so, dass man, keine Ahnung, ich habe dann hier auch immer so Augentropfen stehen, sodass man die dann so reinmachen kann, so auf Doping-Basis. Ja, irgendwann wirst du einen Augenarzt bei dir im Raum auch haben. Hast du manchmal auch, wenn du denn draußen in der Realität bist, also wenn du zu lange Minecraft gespielt hast, dass du denkst, oh, den Klotz da könnte man wegbauen und dann könnte man mit der Hacke da mal rein? Mhm. Also ich zock halt ziemlich viel verschiedene Sachen, deswegen passiert das selten. Aber ich hatte, ich hatte einmal, hatte ich so, habe ich sehr lange Counter-Strike gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Counter, natürlich. Ja, okay. Und da gibt es halt so Flashbang, ne? Also quasi, jemand wirft halt so eine Granate, die halt dann so explodiert und dann siehst du nichts. Und man muss sich halt da immer so wegdrehen. Und das ist immer so ein kleines, schwarzes Ding, was man dann so sieht, was so angeflogen kommt. Und ich habe mal ein Jahr lang nur Counter-Strike gespielt, das war aber schon jetzt länger her, aber so ein Jahr lang nur das Game gespielt. Und dann war ich auf einer Familienfeier und dann kam so ein kleiner Vogel vorbei. Und ich dachte, ich dachte für eine Millisekunde, okay, da kommt gerade eine Flashbang. Und dann wusste ich, okay, Alter, das ist ein bisschen, chill mal jetzt. Jetzt mal eine Pause. Jetzt muss ich mal eine Pause machen. Ja, nimm mal ein bisschen Abstand, Alter. Das ist ein bisschen wild gerade. Ich höre immer wieder so, auch bei YouTubern und so, dass die immer sagen, ich kann nicht in Urlaub fahren, weil ich kann den Content sonst nicht abschießen. Ist das wirklich so? Kannst du jetzt für dich sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich fahre mal zwei Wochen in Urlaub? Ja, auf jeden Fall. Kann man, aber will man halt nicht. Will man nicht oder darf man nicht, weil die Fans sonst wegknacken? Ja, es kommt auch ein bisschen darauf an, an welchem Punkt man gerade so in seiner Karriere ist. Weißt du, wie ich meine? Also so, wenn du schon so eine eingefleischte Community hast, so. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein Jahr lang, habe ich kaum gestreamt und habe eher mich auf YouTube-Videos fokussiert. Und bin dann wiedergekommen und alles war wie immer, so. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn du jetzt gerade so, wie sagt man das, so Newcomer-mäßig bist, du bist gerade so auf einem steigenden Ast oder wie man sagt. Wenn du so merkst, oh okay, hier baut sich so Momentum auf und langsam, hier weiß ich nicht, zum Beispiel ist irgendwie gerade ein großes Projekt oder so, wo ich dabei bin. Dann wäre es halt voll dumm. Das ist halt eine Chance, die man dann halt verliert. Ja, also ich versuche schon so wenig wie möglich in den Urlaub zu fahren oder sowas. Oder das wenn dann zum Beispiel auch zu verbinden. Ist das wirklich so? Aber ist das, weil das Spiel dir so einen Spaß macht oder weil du Angst hast, dass denn die Leute abhauen? Also ich glaube, es ist so ein, also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt videospielsüchtig bin oder so. Ich kann schon zwei Wochen auf Videospiele verzichten. 70 Stunden die Woche spielen, da sehe ich auch keine Sucht. Macht ja keine Sorgen. Könnte ja noch mehr werden. Nee, so ich meine, das Ding ist halt so, die Sucht ist gar nicht mal unbedingt in diesem Videospiele-Ding, sondern das ist wirklich nur so Nebensache, dass irgendwas läuft. Das ist mehr so dieses die Leute unterhalten-Ding. Ja, ich weiß nicht, man, also das ist echt ein schweres Thema. Ich glaube, man hat so ein bisschen so das Gefühl, als würde man so Leute enttäuschen, wenn man nicht online kommt. Weißt du, was ich meine? Aber ist doch Schwachsinn, wenn ich dich jetzt toll finde und du machst jetzt ein Video, wo du sagst, pass auf, ihr Fickers, ich bin zwei Wochen jetzt im Urlaub, dann bin ich wieder da, dann warte ich doch auf dich. Oder ist es heutzutage so, dass die Leute dann sagen, nein, unverzeihbar, Urlaub gibt's nicht, ich entfolge dir. Und ich rufe alle meine Freunde an, dass sie dir auch entfolgen. So was habe ich noch nicht erlebt, dass einer in Urlaub fährt, mal nach zehn Jahren. Nein, nein, die Leute sind nicht dann so sauer oder so, aber man merkt quasi, wenn du, Klassiker, enttäuscht. Enttäuscht, ich bin enttäuscht, Exafid ist. Ich bin nicht sauer, aber ich bin enttäuscht. Nee, aber ich glaube so, die Leute, also ich versuche da halt auch so ein bisschen mit so einer Psychologie irgendwie ranzugehen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber ich denke mir halt so, die Leute, wenn du jeden Tag online bist, also wirklich fucking jeden Tag und du gehst so vielleicht einmal im Jahr mal für eine Woche, in den Urlaub, ansonsten bist du jeden Tag live, dann speichern die ab. Okay, wenn ich nach Hause komme, von der Arbeitsschule, was auch immer, oder Kita oder so, dann ab 15 Uhr, dieser Typ ist live. Ich kann den einschalten, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, wenn die das drinnen haben im Kopf, dann sind die halt eher bereit, da zu sein, als wenn ich jetzt zum Beispiel einmal die Woche oder zweimal die Woche live bin. Oder mal irgendwie drei Wochen pro Monat oder sowas, so dann ist das nicht so Teil von deren Rhythmus, weißt du, was ich meine? Und das macht sich dann halt in den Zahlen bemerkbar. Ich meine, es dreht sich nicht alles um Zahlen, so am Ende ist Gesundheit wichtiger als alles, deswegen hier und da mal Urlaub nehmen wichtig. Aber so, das ist, also man merkt das auf jeden Fall krass. Also wenn ich jetzt jeden zweiten Monat eine Woche in Urlaub fahren würde, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, auf jeden Fall. Ziemlich safe, würde ich sagen. Lass mal 30 Jahre zurückgehen. Vor 30 Jahren auf Sat.1 lief immer Raumschiff Enterprise. Exakt um 15 Uhr. Ich bin auch nach Hause gekommen und dann hatte ich ein festes Date jeden Tag mit Jean-Luc Picard und dann sind wir durchs Weltall, sind wir geflogen. Und das kam auch nicht jeden Tag. Da waren dann Sommerferien oder dann war Weihnachten oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das davon gab, aber vielleicht lief das dann 40 Mal im Jahr oder so. Weil du brauchst ja Pause hoch. Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich meine zum Beispiel sowas wie jetzt TV Total von Stefan Raab oder so, wäre das so erfolgreich gewesen, wenn das nicht jeden Abend fast gelaufen wäre. Also das lief ja wirklich für Fernsehverhältnisse turbo oft. Also das lief ja immer, was war das, 23.15 Uhr oder so? Keine Ahnung. Lief das und so. Habe ich nie gesehen. Fand ich scheiße. Finde ich jetzt erst gut, aber jetzt läuft es nicht mehr. Schade. Naja, Harald Schmidt war ja auch dreimal die Woche 23.15 Uhr oder so. Klar, aber der hatte halt drei Sendungen, was auch ein Hammer ist. Es ist ein Hammeraufwand. Drei Shows in einer Woche, aber mit ein paar Tagen Vorlauf, wo man sich vorbereiten konnte. Also die Frage ist nur, du machst eine Sache, die dir sehr großen Spaß macht und ich denke denn so nicht, dass der irgendwann Burnout kriegt. Weil er dich überfrisst an zu tollen Sachen. Wenn ich jetzt jeden Tag zehn Tafeln Schokolade esse, irgendwie ist das bestimmt lecker, aber irgendwann kotzt man halt. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich mache es seit zehn Jahren. Ich war auf jeden Fall schon an dem Punkt. Ich glaube, wenn ich wirklich Burnout gehabt hätte, hätte ich es gemerkt. Ich glaube, Leute, die das haben, wissen, dass sie das haben. Ja, ich glaube, ich bin so haarscharf vorbeigeschlittert so. Und habe dann auch erstmal eine Therapie gemacht und so zu dem Thema. Und ja, also ich glaube, dass ich inzwischen ganz gut einschätzen kann, wann es eine Pause bedarf und wann nicht. Aber ich weiß, dass viele Leute, die jetzt gerade so neu sind in dem Business, das sich komplett übernehmen, weil gerade diese Verknüpfung zwischen Zahlen, Geld und wie viel Zeit packe ich rein und wie wenig bin ich weg, ist unfassbar krass. Also es ist natürlich bei jeder Selbstständigkeit so, aber bei uns ist es noch irgendwie noch heftiger, weil man die Leute, du siehst diese Leute in dem Chat, die da schreiben. Weißt du, was ich meine? Du siehst diese Zahl da. Es ist nicht so wie jetzt irgendwie ein Kunde, der wegbricht oder so, wo es dann ein Kunde ist von zehn, sondern auf einmal sind da so 20, 30 Prozent weniger Zuschauer. Der Chat ist langsamer, es ist ein anderes Gefühl auf einmal. So, es geht vielleicht auch so ein bisschen Spaß verloren dann, wenn du dir so denkst, Alter, was mach ich denn gerade falsch? Ja, so ein Dreiergestrüpp, was glaube ich viele Leute so in den Wahnsinn treibt teilweise. Und dann halt auch in dieses Burnout-Ding, auch wenn es, auch wenn es sich verrückt anhört, weil wir spielen Videospiele und labern scheiße so, weißt du, was ich meine? Aber genau deswegen, weil man das sich selber auch immer so sagt, so, also ich habe auch früher so immer gesagt, ja, ist ja so, so, ja, Larifari-Job und so. Und dann erst so durch die Therapie habe ich so gelernt, dass ich quasi das, was ich mache, selber auch, egal was andere Leute darüber denken. Das ist eine harte Arbeit, das ist eine harte Arbeit, die man respektieren sollte so. Also ich finde das zum Beispiel scheiße, wenn irgendwelche Leute, schönen Gruß an meine Generation, sagt da, die jungen Leute sitzen vor dem Rechner und ballern da rum und nennen das dann noch Arbeit. Ich finde, das ist, das muss man respektieren, das ist eine Arbeit. Du machst das 70 Stunden hier, ich mache hier, wie viele Stunden habe ich die Woche? Eine. Ich arbeite eine Stunde und bin manchmal fix in alle, abends wenn ich nach Hause komme. Aber nein, Spaß, aber ich gucke das oft so, ich gucke oft Streamer mir an oder am besten so Let's Play, das finde ich geil. Und dann denke ich, das ist Arbeit, weil du fängst in einer gewissen Zeit an, du ziehst deine 10 Stunden durch und du machst das jeden Tag. Weißt du, wenn du das einmal in der Woche oder einmal im Monat machen würdest, dann würde ich auch denken, okay, jetzt hab dich mal nicht so, kann man mal machen. Aber lasst euch da nicht einreden, dass ihr keinen guten Beruf habt. Ja, also gut ist der Beruf auf jeden Fall, also ich enjoy den wirklich sehr doll. Und finanziell muss man sich auch keine Sorgen machen bei dir, oder? Ja, nee, das ist zum Glück, finanziell ist das einigermaßen safe jetzt. Das gibt einem halt auch nochmal so viel Ruhe, ne. Ich bin dadurch viel gelassen, also ich bin ultra dankbar für die Situation, weil das ist halt auf jeden Fall vor allen Dingen psychischer Stress auch manchmal. Und wenn du dann in so einer, also du arbeitest ja auch in einem kreativen Job so, wenn du dann so private Sachen so wie, hey, kann ich meine Miete zahlen, hast, dann strengt das so krass Kreativität ein. Und unser Job lebt halt davon, dass wir gut drauf sind und kreativ sind. Also weißt du, wenn das gekillt ist, dann... Kannst du denn auch bei deinen Leuten zum Beispiel sagen, boah, Alter, ich hab ja keinen Bock, aber ich spiel heute trotzdem, so wie ich jetzt sage, ich hab heute verschlafen und dann ist das halt alles ein bisschen träge. Also kannst du da ehrlich sein, dass du sagst, ich hab mich heute mit meiner Freundin nicht stritten, ich bin so sauer drauf, ich spiel jetzt hier, kann sein, dass ich heute nicht so viel spreche, aber ist mir auch egal. Also sprechen würde ich schon genauso viel wie sonst, aber ich sag manchmal so, ey Leute, ich sag euch ehrlich, Alter, ich hab heute... Also wenn ich jetzt wirklich so gar keinen Bock hab, dann ist das schon mal vorgekommen, dass ich so gesagt hab, so, man geht zwar online, macht so zwei Stunden irgendwas und merkt so, ey Leute, irgendwie heute, ich fühl's nicht, ich geh offline. Sehr geil. Dann ist besser, als jetzt so einen richtigen Scheiß-Stream zu machen. Schreiben dann auch die Leute so, ey Bro, mach dir halt so entspann dich so, mach dir auf den Bunden so, so chill mit Freundin oder so einen Tag und so, alles gut. Ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, dass man so Tage hat, weil es dann so ein bisschen wieder diese Nahbarkeit hat, weißt du, wenn du wirklich immer gut drauf bist, ich glaube, dann würde man irgendwann als Zuschauer sich so fragen, Alter, ist so... Ja, dann ist es wie so, kennst du so Morning-Show-Moderatoren vom Radio, den du in die Fresse hauen könntest, weil du denkst, Alter, bei mir ist auch 4 Uhr morgens, aber da kommt jetzt keine gute Laune auf und schon gar nicht, wenn du hier so fröhlich rumbrüllst, weißt du? Ich hab mir das jeden Morgen reingezogen. Ich bin früher vor der Schule immer extra früh aufgestanden, um mir nochmal eine halbe Stunde Frühstücksfernsehen auf Sat.1 reinzuziehen. Und? Hat es dir schadet? Ja, ja, ich glaube schon, ganz stark. Ich glaube, hätte ich mir das nicht eingezogen, dann würde ich jetzt eine Ausbildung machen. Dann wäre richtig was aus dir geworden, wärst du jetzt... Ja, ja, dann würde ich, glaube ich, was Anständiges machen. Ja, sowas in der Richtung, genau. Weltweit anerkannter Gehirnschirurg wärst du denn die Müsse. Ja, jetzt guck mich an jetzt... Frühstücksfernsehen macht halt doof. Nein, das ist schon ein guter Job, den du hast. Ich finde toll. Vor allem, ihr seid die erste Generation, die das jetzt so durchzieht. So wie bei den Rolling Stones zum Beispiel, die jetzt, ich weiß nicht, wie alt ist Mick Jagger, 80 oder was? Wo man vor 30 Jahren schon gefragt hat, naja, wie lange wollen sie das denn machen? Und dann dachte ich immer, das ist schon so, naja, lass ihn doch machen, lass ihn doch durchziehen. Er ist der erste, der erste Rockstar, bei dem man angucken kann, wie lange man sowas machen kann. Ist bei euch auch so. Ja. Ihr seid die Ersten, die mit dem ganzen Scheiß, der die beinahe in Saat angefangen hat. Und jetzt wird es irgendwann in 30 Jahren, wird es 80-jährige YouTuber geben, die immer noch dabei sind. Schwägt ihr. Das ist halt die Frage, ne? Das ist das, was wir alle noch nicht wissen, was so diese Unsicherheit irgendwie einem gibt, weil man hat nicht diesen Leitfaden. Weißt du, was ich meine? Also wenn du jetzt irgendwie, zum Beispiel jemand macht, so meine Homies zum Beispiel, die machen diesen Kältetechniker. Die wissen, okay, die machen dann halt irgendwie einen Meister, dann können die sich vielleicht selbstständig machen im besten Fall. Und dann können die irgendwann die Firma irgendwie abgeben und, also weißt du, was ich meine? Das haben schon Leute vor denen gemacht, so. Bei uns ist es so, es gibt nicht so richtig die Person, die jetzt schon mal 40 Jahre das gemacht hat oder 30 Jahre. Das meint damit, du hast keine Vorbilder. Also du kannst nicht sagen, ich mache das wie, obwohl, wie alt ist Gronkh? Der ist heute jetzt auch schon 80 bestimmt, oder? Fast. Ich glaube, Gronkh ist irgendwie so 43 oder so. 43? Ja, ja. Alter als Gronkh. Ich dachte, ich bin gleich alt. Gronkh, Alter. 46. 46. Alter Sack, der ist ja meinem Alter. Ja. Naja, aber Gronkh jetzt, guck mal, in 30 Jahren, in 30 Jahren ist der Typ 80 und dann ist der immer noch dabei. Ich spürge dir. Ja. Das ist doch das Geile bei uns. Es gibt ja keiner, gibt ja jetzt bei dir auch keinen, der an die Tür klopft und sagt, hör mal auf, du bist zu alt. Ich frage mich halt, das glaube ich halt auch, also ich glaube, die Leute würden sich das immer irgendwie reinziehen, weil man sich ja, also die Leute wachsen ja mit. Also ich merke es ja alleine bei mir, ich habe jetzt vor 10 Jahren angefangen so, ne, so da haben dann Leute geschrieben, hey, morgen Französisch-Klassenarbeit, kein Bock. Und jetzt sind dieselben Leute, die ich von früher noch irgendwie die Namen kenne, so diese eingefleischten 8, 9 Jahre Follower, die schon dabei sind, die schreiben jetzt so, yo, ich habe heute meine Ausbildung oder meinen Meister gemacht, so. Und du denkst dir so, Alter, was geht ab? Und so manche Leute schreiben so, dass ich die seit 8 Jahren begleite und durch so die Jugend durchgeführt habe. Ja. Das ist, das ist kranke Scheiße. Also das ist so, wie ich jetzt zum Beispiel irgendwie, ja, das ist jetzt, wie ich zum Beispiel dann so auf Super RTL mir irgendwelche Sendungen reingezogen habe, so und die haben mich irgendwie geprägt, so Spongebob oder so. Aber die wachsen mit, ja, weil ich habe, also ich dachte auch immer bei euch Streamern oder YouTubern ist das so, wie damals diese Boy-Bands, Tokio Hotel oder, naja, bei Tokio Hotel sind die auch mitgewachsen, aber so Take That zum Beispiel. Ich glaube, die Mädchen, die damals 15 sind, dass da einige mit dabei sind, die sich heute schämen und sagen, naja, war eine andere Zeit, die wir haben. Ja, auf jeden Fall. So kreischen würde ich nicht mehr. Ich würde nicht mehr in Ohnmacht fallen, wenn ich jetzt mir ein Konzert von Kurt Krömer angucke oder so. Weißt du, also das, bei euch wachsen die mit. Also es kann sein, dass du in 10 Jahren bist du 36 und deine Fans sind auch 36. Auf jeden Fall. Also ich glaube so mit dem Alter, die Leute haben immer mehr so Abstand vom Internet, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass Leute dann irgendwie vielleicht dann auch, weiß ich, zum Beispiel sogar ein Kind bekommen oder so, dann haben die natürlich plötzlich nicht mehr so viel Zeit für so einen Stream oder sowas. Ich glaube, das ist normal, aber ich glaube schon, dass es bei mir so ist, dass die Leute irgendwie mitwachsen. Also ich habe auch teilweise Leute, die sind halt 40 oder so und die gucken das. Aber es gibt auch anderen Content, der ist halt wirklich zum Beispiel sehr krass ausgelegt für Kinder. Und die sind halt dann darauf angewiesen, dass sie halt sozusagen immer die neue Generation wieder abholen. Was ist denn jetzt so ein Kinderding, Kinderspiel? Roblox als Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Naja, natürlich. Kannst du mit Minecraft vergleichen. Kennst du? Roblox gibt es ja aber auch schon seit Jahren. Genau und so, dann gibt es halt, es gibt auch Leute, die safe Roblox machen könnten für Erwachsene oder so, darum geht es nicht. Aber die machen dann halt so, ja, so kindergerechte Videos halt, sodass die halt so super auf ihre Sprache achten. Und so vielleicht auch mal so diese Bibi-Bubu-Sprache manchmal hier und da so verwenden. Meistens sind die Sachen auch so ein bisschen mehr so gescriptet und geschauspielert, dass die dann so irgendeine Storyline haben, was so Kinder dann irgendwie abholt und so. Hört sich anstrengend an. Aber ich meine, das ist auch ein Job. Ja, da hätte ich gar keinen Bock drauf, Alter. Das ist, also, da sagen bestimmt sexy Kinder, denn Alter, ich bin doch nie bescheuert. Habe ich irgendwas am Kopf oder was? Rede doch nicht, als wenn die krank werden. Was ist denn mit hier Fortnite? Ist das noch? Läuft das noch bei Kindern? Ja, 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 voll, voll, voll. Ja, Fortnite ist krass gerade. Fortnite ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie tief wir in das Fortnite-Loch eindringen sollten. So, ich könnte da wirklich stundenlang drüber reden. Aber findest du das Spiel gut oder findest du das scheiße? Also, ich find's geil, aber es geht mir mehr darum, so wie die Firma dahinter das macht. Also, weil, das ist halt so ein Battle Royale, also quasi 100 Leute werden in eine Runde geworfen, die können sich alle gegenseitig abschießen, der Letzte, der überlebt, ist der krasseste. Und dieses System gab's vorher schon vier, fünf Mal, aber, und das war immer so, nach einem Jahr hat's keinem mehr gejuckt. Und die sind seit sechs Jahren, sind die ultra da und es ist, es ist wirklich, also die machen einen Business Move nach dem anderen, der halt wirklich crazy gut ist einfach. Und ich finde, das ist aus so einer Marketing-Sicht auch einfach ultra interessant. So, die wollen jetzt gerade, wollen die, also zum Beispiel einmal hat's angefangen, als Fortnite so ein bisschen am Abflachen war, haben die so einen Creator-Code gemacht, dass man quasi als Streamer oder YouTuber sagen kann, hey Leute, hier, das sind die neuen, also das Game ist ja komplett free und man kann sich die Skins kaufen. Ja, ja. Du kannst irgendwie Creator-Code als Beispiel Papa Platte verwenden und dann bekommt der Creator irgendwie, ich glaube so, es war richtig viel, so 30 Prozent oder 40 Prozent vom Ertrag der Skins. Das heißt, jemand hat sich für zehn Euro was gekauft, dann hast du drei Euro, vier Euro davon bekommen. Und dadurch, also ich hab das damals gar nicht so krass genutzt, aber zum Beispiel andere Leute, die haben damit wirklich ihre 400k oder so im Monat gemacht und dadurch haben die das halt weiter gespielt im Stream, weißt du? Weil die halt wussten, wenn ich das spiele, die Leute kaufen Skins und, weißt du was ich meine? Also es war so Win-Win für alle. Weil das Spiel blieb relevant und so Moves bringen die halt immer wieder. Was sagst du denn, um mal jetzt wieder in meine Welt einzutauchen? City Skylines Teil 2, hast du gespielt? Nee, Mann, aber ist glaube ich safe, ultra geil. Wann ist denn das rausgekommen? Im November oder was, wa? Ja, ja, ja. Ist scheiße gestartet. Ich hab's seitdem nicht mehr gespielt. Hast du's gespielt? Ich hab's angespielt, als es rauskam irgendwie und da wurde schon, da hab ich mich super drüber aufgeregt, dass die Scheiße 50 Euro kostet und dann wird gesagt, pass auf, kostet 50 Euro, ist aber nicht fertig. Weißt du? Also ich geh ins Restaurant, ja, hier ist ein Schnitzel, ist aber nicht durch, kostet aber 90 Euro, weißt du? Was soll ich denn sagen? Ja, danke, hier, 100, stimmt so, oder? Das ist aber so, gerade so die, wie sagt man das, so die übliche Weise, Spiele zu releasen, ne? Weil die Leute kaufen's halt eh. Die Leute kaufen's eh so, wenn es ein Titel ist, so eine Reihe ist, wo Leute wissen, als Beispiel so Battlefield oder sowas, die Leute kaufen's halt. Also Battlefield ist doch noch einer der besseren Beispiele, da waren die letzten eigentlich immer ganz cool. Sind wir denn zu doof oder was, dass wir sagen sollten, mach ich nicht, oder? Weil ich krabb mich richtig, wie so ein sechsjähriges Kind auf den Weihnachtsmann gefreut, weißt du? Die Ankündigung war ja ein Jahr vorher oder so, so wie jetzt bei GTA 6 irgendwie, wann kommt das eigentlich? Äh, 2024, 2024, Ende 2024? Ne, ich glaub 25. Ich glaub, die haben einfach gesagt, 2025 kommt's raus. Die leaken jetzt aber schon Trailer, wie das alles aussieht. Kann man das jetzt schon vorbestellen? Äh, nee, ich glaub nicht. Ist doch scheiße. Aber das wär dreist. Also so eineinhalb Jahre oder so vorher vorbestellen. Und dann sagen, ja, das ist aber nicht fertig. Dauert noch drei Jahre. Ja, das wär, das wär kranke Scheiße. Das würde wahrscheinlich, non-jog, das würde wahrscheinlich funktionieren. Also die Leute, die Leute sind halt so dumm gehypt auf GTA. Das ist, das ist deren Kindheit. Die verbinden damit so viel Nostalgie. Ich glaube, die Leute würden's auch für 100 Euro kaufen. Das ist doch krankhaft. Das ist doch genauso wie am Kudamm gibt's hier, äh, da in der Nähe, wo unser Büro ist, gibt's Louis Vuitton. Genau. Und da stehen Leute bei minus 40 Grad acht Stunden lang vor diesem scheiß Laden, damit die rein dürfen. Und dann kommen die rein und dann dürfen die sich eine Tasche kaufen für 4000 Euro. Und müssen sich dann aber schnell aus dem Laden verpissen, weil draußen noch Leute stehen. So ist das doch, oder? Ja, das ist Marketing einfach. Oder Turnschuhe. Hast du das auch? Da stehen 500 Leute vor so einem Sneakerladen, weil sie auf die neuen Nike-Turnschuhe warten. Ja. Und mit Bodyguards und so. Ist das auch deine Welt? Machst du das auch? Guck mal, ich ersticke schon, weil ich nicht so aufhörig bin. Bin schon tot. Ähm, also so, so Klamotten-mäßig, so hier und da mal, äh, was kaufen auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so in diesem, äh, Louis Vuitton, ähm, Prada-Ding, bin ich jetzt nicht so krass drin. Ja, ich auch nicht. Ich seh das nur beim Vorbeilaufen und dann denk ich, das ist lächerlich. Also für den Preis auch. Ist egal. Andere Welt. Das Dietnium-Spiele ist nicht unser Thema. City Skyline 2. Ja, vielleicht. Das war so, dass die... War große Enttäuschung für dich. Das war, weil da waren Bugs drin und, äh, dann funktioniert... Was war Müllabholung zum Beispiel? Du hast da, kennst du, das Spiel kennst du ja, ne? Mhm. Du hast da diese Mülldeponie, die du dann baust. Also man muss eine Stadt aufbauen für die Leute, die das nicht kennen. Genau. Und die Leute beschweren sich dann irgendwann, ey, äh, äh, fickt euch alle, ich zieh hier weg, weil der Müll wird nicht abgeholt. Und dann war bei dem Spiel, nach 80 Stunden hat immer noch keiner gefragt, hol mal den Müll ab. Weißt du? Irgendwann sagt einer, hol mal den Müll ab. Dann hab ich, ich hab zwölf Deponien, was völlig übertrieben ist, da hingeknallt irgendwie und dann arbeiten die nicht in dieser Deponie. Und, äh, viele Sachen, dass die Leistung denn zu stark war. Also du konntest wirklich einen Rechner haben für 50.000 Euro, der hätte dann irgendwann gesagt, die Leistung ist zu stark. Also das hat alle, das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ich bin heute noch sauber. Okay, das, das, äh, ist natürlich dann scheiße. Aber das ist, das ist gar nichts mehr, was, was so unüblich ist, ne? Weil die Leute haben so, so Scheuklappen, die sehen nur die neuen Releases. Die Leute machen sich nicht so, die machen sich nicht so bereit für so, was ist schon da? Ja. Sondern die Leute sehen nur die neuen Sachen. Und dadurch haben voll viele Leute so das Gefühl, der Gaming-Markt ist tot gerade. Und die versuchen sich so mäßig so von, von neuem Release zu neuem Release so drüber zu, zu, wie sagt man das so? So wie so eine Liane, die zu reiten quasi. Die warten auf die nächste Liane einfach, die kommt. Und dann ist die nächste Liane halt 50 Euro City Skylands 2 und dann greifen die die halt, weil das ist für die gesehen nichts anderes da, weißt du? Na, aber dann hab ich irgendwann den Schrank voll. Also jetzt optisch gesehen, den Schrank voll mit Scheißspielen, die nicht funktionieren. Darfst du eigentlich dich hässlich äußern über Spiele oder läufst du denn in Gefahr, dass die Spielebetreiber denn irgendwann sagen, nee, dem geben wir jetzt keine Kohle mehr für ein Testspiel, weil der hat sich hässlich geäußert über zum Beispiel City Skylines? Ne, also man kann auf jeden Fall auf so einer Blacklist landen, sodass halt dann irgendwelche Agenturen sagen, mit dem machen wir es nicht. So, da sind manche, manche sind, also manche Hersteller sind da schneller und weniger schnell. Aber ist jetzt bei mir, glaube ich, soweit ich weiß, nicht passiert schon. Also ich, ja, wenn mir ein Game nicht gefällt, dann sag ich das halt also. Wollte ich gerade sagen, der Mittelweg wäre ja toll, oder? Dass man sagt, ich zerreiß jetzt nicht nur die Spiele, weil ich Bock da drauf hab, aber wenn ich jetzt ein Spiel hab, was nicht funktioniert, dass ich das dann nur sagen darf und sagen kann, pass mal auf Leute, kommt mal ein bisschen aus dem Arsch, macht mal da ein bisschen schneller. Ja, hier hinkt's noch ein bisschen. Ich glaube auch, wenn du's so wirklich kritikmäßig äußerst und nicht wirklich sagst, ja, es ist ein Haufen Scheiße hier, alle, die hier drin gearbeitet haben, sind die Vollversager. So, wer kauft das? Dumm. Sondern du sagst halt einfach, ja, das ist halt irgendwie halt nicht so gut zu Ende gedacht. Also weißt du, du machst es einfach so erwachsen, sag ich mal, irgendwie auf eine Art. Aber dann, also, dann juckt das auch keiner so, weil, ja. Also, ich glaube auch, ich bin fest davon überzeugt, dass bei so Sachen wie zum Beispiel diesem City Scaltern-Ding, ich hab's jetzt nicht gespielt, aber bei sowas oder bei anderen Games, die wirklich offensichtlich ein Haufen Scheiße sind, die Leute, die das rausbringen, die wissen, dass das ein Haufen Scheiße ist. Weißt du, ich meine, die sind ja nicht dumm. Also es gibt ja so Games, die man so an... Landwirtschaftssimulator zum Beispiel. Oh, das ist ein krasses Game zum Beispiel. Das ist geil? Ja, ja, ist überkrass. Landwirtschaftssimulator ist ultra heftig, das ist mein Übelspaß. Und es gibt einen richtigen, es gibt einen E-Sport da drin, also so eine kompetitive Szene quasi, wo so fünf gegen fünf so Leute antreten und die müssen dann quasi versuchen, also welches Team schneller so ein Feld abgearbeitet und neu besät hat und so. Das ist übergeil. Das ist wirklich sehr geil. Wißt du, jetzt haben die das neu jetzt gemacht oder was? Ich hab das einmal gespielt. Das gibt es schon vor lange, aber... Das ist wie Müllabfuhr in New York. Kennst du das? Nee. Da fährst du den ganzen Tag mit dem Müllauto durch New York und sammelst halt die Tonnen ein. Ich hab dann mal versucht, irgendwie Leute umzufahren, irgendwie um ein bisschen Spaß in das Spiel reinzubringen. Geht aber nicht. Kennst du Crazy Taxi? Das war auch so ein Spiel aus meiner Kindheit, so irgendwie aus den 90ern oder so oder Anfang 2000er. Da war man auch einfach nur so ein Taxifahrer. Crazy Frog kenne ich noch. Ja, ist auch geil. Der war... Ey, das ist auch kein Gescheiße, ne? Viele die Armut, die Trin. Ja, wollte ich gerade sagen. 3,99 pro Stunde. Die Woche. Die Woche. Die Woche, ne? Die Woche, ne? Das war so richtig... Damit haben die mehr verdient als mit diesen Sex-Hotlines, glaube ich. Ja. Das war krank. Aber kanntest du jemanden, der das hatte? Nee. Ich war auch nicht. Ich weiß ja nicht, wann das rauskam. Ich hab das nur mal in der Werbung abends gehört und wusste dann aber, wenn das jetzt jahrelang läuft, diese Werbung, dann haben die noch Kohle, dann läuft das halt auch. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Leute bis heute noch diese 3,99 zahlen. Ja. Ich, hundertprozentig gibt es noch Leute, die das bis heute noch bezahlen. Und die dann... Die immer noch ihre 3,99 pro Woche für Crazy Frog. Da bezahlen, Junge, wie er da auf seinem unsichtbaren Motorrad rumfährt. Crazy Frog war ein Klingelton eigentlich, ne? Das war ein Klingelton. Mäh, 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 mäh. Du machst uns ziemlich gut. Bist du Crazy Frog? Ich bin. Ist das so dein Nebenjob? Ich bin Crazy Frog. Zigbarer Milliardär, natürlich. Ich war der, der die kleinen Kinder abgezockt hat. Als die erwachsen waren, hatten die 100.000 Euro Schulden schon. Nur wegen Crazy Frog. Da kann man stolz drauf sein. Hast du auch 80 Leute im Hintergrund, die für dich arbeiten, die dir zuarbeiten? Also 80 sind es nicht, aber es ist auf jeden Fall schon das Teamwerk, sag ich mal. Je mehr Leute man hat, desto größer kann man das irgendwie auch skalieren und so. Also ich habe alleine ein Management, was für mich halt so organisatorische Dinge macht, aber auch so an mich einfach ganz stumpf verkauft, sag ich mal. Und mit dem Kunden quasi labert, genau mit solchen Agenturen, bei denen ich dann vielleicht auf der Blacklist stehen könnte. Das ist ein Ding. Dann habe ich nochmal so Video, also Cutter quasi, die meine Streams sozusagen aufbereiten, dass wir es auf YouTube hochladen können. Und dann haben wir noch einen Kameramann, der so halb quasi bei mir ist, der mir zum Beispiel hilft, wenn wir irgendwas mal filmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Kochvideo drehe oder so. Kochvideo? Ja, ja, also ich mache manchmal so einen Kochstream. Das auch noch. Ja, also je nachdem, also ich kann alles machen, worauf ich Bock habe eigentlich. Also 70 Stunden streamen per Spiele und dann 70 Stunden die Woche nochmal kochen. Nee, nee, in den 70 Stunden ist es auch nicht nur, ich labere auch mal. Manchmal sitze ich auch einfach so, wie wir jetzt hier sitzen und labere einfach eine Stunde mit den Leuten über irgendein Thema. Keine Ahnung, alles Mögliche. Genau, und wenn ich halt zum Beispiel koche, dann ist es halt geiler, wenn jetzt zum Beispiel mal jemand eine Kamera hält und mal irgendwie in den Kochtopf reinschwenken kann oder so. Und da habe ich dann noch da jemanden. Und dann habe ich noch jemanden jetzt vor so einem halben, dreiviertel Jahr oder so dazugeholt, der mir so assistenzmäßig hilft. Das klingt immer so ultra abgehoben, wenn man das sagt. Aber das ist wirklich die beste Entscheidung überhaupt, weil ich mich wirklich dadurch, also die dümmsten Aufgaben wie mach mir mal einen Arzttermin oder so, gebe ich dem einfach und ich kann noch mehr meinen Fokus auf dieses Streaming-Ding machen. Das ist auch so krass, wenn ich jetzt so einen YouTuber sehe, der neu anfängt, sagen wir mal, der ist 18 Jahre alt, der macht das dann alles selber. Also der schneidet das dann selber, dann kennen die sich mit Schnitt aus, die wissen, was zu tun ist. Mit der Kamera, was braucht man und so, das ist richtig geil. Das hast du ja bestimmt zum Anfang auch alles alleine gemacht, oder? Also muss man ja, weil du ja nicht die Kohle hast, um da irgendjemanden professionell hinzusetzen. Hundertprozentig. Also ich habe auch am Anfang halt dann irgendwie mir selber alles beigebracht über so irgendwelche Videos, irgendwelche Tutorials, dass dann jemand so sagt, ja hier, stellt mal das einfach mal so, so. Und dann immer versucht irgendwie, so das alles zu verbessern. Ich hatte zum Beispiel auch so einen richtig beschissenen PC und wir streamen brauchst von relativ gutem. Was ist denn in deiner Welt, in deinem Alter ein beschissener PC gewesen? Boah. Ja, also als ich angefangen habe, war das halt, was soll ich dir jetzt sagen? Die Grafikkarte, was das für eine Grafikkarte war. Alter, keine Ahnung, so tief bin ich nicht drin. Aber ich habe gemerkt, okay, es reicht nicht, weißt du? Wenn ich jetzt gestreamt habe und ich habe irgendein Spiel gespielt, was aufwendiger war, dann hat alles geleckt und ich hatte Standbilder die ganze Zeit. So, und dann musste was Neues her und dann habe ich halt so, von meiner Mom hatte ich von ihrer Arbeit, dann haben die dann manchmal so einen Server irgendwie, den die nicht mehr brauchten. Dann habe ich den dann mir auseinander geschraubt, dann bei mir reingebaut und so ein Scheiß. Oder einen neuen Bildschirm mir gewünscht zu Weihnachten, dass ich ein Videospiel spielen kann und rechts auf der Seite noch sehe, was die Community schreibt. So Sachen. Und genauso war das mit Videoschnitt. Also meine Mom hat mir beigebracht, wenn du, also meine Mutter ist auch selbstständig, muss man dazu sagen, wenn du irgendwas abgibst in deinem Job, musst du wissen, wie es geht. Du wirst uns so viel, um zu verstehen, was die Person macht. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. So, und das ist so ein Ding, so ein Leitfaden, nachdem ich so dieses Business hier irgendwie führe. Und ich habe eigentlich jede Sache, die ich abgebe, schon mal irgendwie selber gemacht. Ja, was ich sagen wollte, ich, also ich habe jetzt trotzdem Leute eingestellt, die die Sachen weitaus besser machen, als ich sie machen würde. Aber ich könnte sie rein theoretisch auf dem Papier machen, so. Also ich könnte ein eigenes Video schneiden, ich könnte mir so ein Vorschaubild für YouTube basteln. Die Sachen könnte ich alle. Aber es gibt ja Leute, die machen das viel besser und die habe ich dann jetzt eingestellt. Naja, vor allem geht es denn um Zeitmanagement auch, weil du kannst nicht zehn Stunden lang labern und dann noch zehn Stunden lang schneiden. Also das sind ja... Also geht, aber das geht halt nicht sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr so. Genau, es hat viel so mit Energie einteilen zu tun und so. Das ist halt geil, dass ich mir das jetzt halt erlauben kann. Dadurch, dass ich halt größer geworden bin in dem, was ich mache und mein Channel größer geworden ist und ich obvious dadurch mehr Geld verdiene, kann man halt immer mehr so das Outsourcen, die Sachen, die Outsourcen gehen und das Ganze noch größer machen. Weißt du, also so wie man halt ein Business skalieren würde. Wie man eine Firma aufbaut, ja. Ja, genau. Es ist ein bisschen anders als jetzt so die herkömmliche Firma, weil ich glaube, eine herkömmliche Firma hat halt so eine Hierarchie, bro, schwieriges Wort, also so eine Pyramide quasi. Und der CEO, der Chef, der Eigentümer, wie sagt man das, der Kinderhaber, der Chef von allem, sitzt halt oben an der Spitze. Und bei uns ist es ja quasi auch so, aber man müsste sagen, eher so eine umgedrehte Pyramide und wir sitzen quasi unten. Wenn wir wegbrechen, also wenn ich jetzt nicht mehr da bin, diese Firma würde nicht mehr funktionieren. Ja, ja, genau. Aber im Grunde ist es auch wie, also in vielen Dingen, wie ein normales Business aufbauen. Also klar. Aber ist krass, weil du richtig, also ich muss erst mal sagen, ich finde dich sehr toll, weil du bist für dein Alter sehr reflektiert. Also ich war, als ich 26 war, nicht so reflektiert wie du. Ich habe dann so lange gefressen, bis ich kotzen musste und habe lange Zeit nicht gelernt, dass man irgendwann Stopp hinlegen muss. Also sehr, sehr reflektiert, dass du auch weißt irgendwie, das kann dir auch das Genick brechen, wenn du zu viel machst und nicht mal eine Pause einlegst oder so. Und ich stelle mir das durch, du hast doch ein bisschen Druck, oder? Wenn du jetzt weißt, du hast jetzt, also ich habe jetzt vier Mitarbeiter gezählt, die du mir aufgezählt hast irgendwie, dass du für die auch verantwortlich bist. Also dass du, du führst eine Firma eigentlich. Auf jeden Fall. Also erst mal kurz zu dem Punkt mit dem reflektiert. Ich glaube, viel ist dem auch geschuldet, dass ich so, also ich habe halt auch Freunde, mit denen ich halt viel über so Themen labere und die mich da so viel so auch irgendwie, so ne, wie sagt man das, also die mich halt irgendwie weitergebracht haben im Leben, so charakterlich auch und so, dass man sich halt ab und zu einordnen und sagen, drehen wir nicht durch jetzt, ne? Ja, genau, sowas. Und ich glaube, ein Großteil von diesem reflektiert sein ist auch einfach, guck mal, ich bin jeden Tag online und ich sage halt auch dann zum Beispiel so, es geht auch manchmal um Themen, die ein bisschen smarter sind als, was ist jetzt irgendwie das neue Game oder so. So und, also als Beispiel, wir reden zum Beispiel, wenn jetzt, ich gucke ein Video mit meinem Stream zusammen und es wird eine homophobe Aussage getätigt, als Beispiel, dann reden wir darüber und so, ich sage so halt meine Meinung dazu, dass es halt scheiße ist und, also du verstehst, was ich meine? Ja, geil, naja, du hast eine Community und du siehst zu, dass die Schäfchen sich da benehmen und nicht durchdrehen. Ja, ja, das ist gut. Genau und ich glaube, wir haben halt auch einen unfassbar kranken Einfluss. Ich glaube, das ist ein Einfluss, den sind wir uns gar nicht so wirklich bewusst, aber wir haben einen unfassbar krassen Einfluss auf die Zuschauerschaft und ich kriege aber auch von denen zurückgespielt, wenn ich mal irgendwas mache, was kacke ist. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, machen wir ja alle. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal was gesagt habe, was nicht so geil war, was vielleicht so ein bisschen abgehoben, so out of touch, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, also wenn man so ein bisschen so fern von der Realität ist quasi, dann kriege ich auch direkt zurückgespielt von meiner Community, so alter, labber mal keine Scheiße, weißt du, was ich meine? Und dann, ich nehme mir das dann halt stückweit auf jeden Fall immer zu Herzen und denke dann so kurz mal jedenfalls drüber nach, so fuck man, vielleicht haben die recht, weißt du? Und ich glaube, weil ich das halt seit zehn Jahren immer wieder mache, jeden Tag, jeden Tag zehn Stunden, wird man irgendwann so eine Person, die halt über alles reflektiert so nachdenkt. Du weißt dann, was du sagen kannst und was nicht, ne? Ich glaube, ich habe nicht so jetzt, dass ich so sage, hey, jetzt privat sage ich so diese Sachen und bin ich jetzt voll der Nazi oder so und dann on streamen, bin ich dann so voll der Nette. Nee, also ich meine nur, bei mir ist zum Beispiel, ich rede nicht über mein Privatleben, da weiß ich, also das meine ich damit, dass ich weiß, da rede ich jetzt nicht drüber. Also da kannst du mich jetzt 50 Mal fragen, ich werde 50 Mal sagen, da rede ich jetzt nicht drüber, weil ich weiß, was das für einen Verlauf haben kann. Das ist genauso, wenn ich jetzt hier meine Kinder ins Bild reinhole und sage, hier sind meine Kinder. Ich weiß, dass man das nicht macht, weil das zieht was mit sich hinterher dann. Weißt du, dass jetzt Familienmitglieder verantwortlich gemacht werden dafür, dass der Alte irgendwie Scheiße erzählt hat beim letzten Podcast oder so. Das meine ich damit. Also dass man so eine Verantwortung hat, das weiß ich auch. Wenn du zum Beispiel homoforme Witze machen würdest, dann würdest du damit sicherlich auch Leute mitreißen, die dann sagen, ey, toll, ganz toll, super Witz. Also du hast eine Verantwortung und da weiß man, okay, das ist gut, gebe ich so weiter. Wir machen das hier nicht, finde ich scheiße und gut ist. Ja, das ist auch voll das interessante Thema irgendwie, weil ich, also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt so ein großer Part von meinem Stream ist und so ich gehe online und rede zehn Stunden über moralische Themen oder so und bin jetzt der Moral-Apostel schlechthin oder so. Aber manchmal so punktuiert mal so einfach zu sagen, ey Leute, wenn das eure Meinung ist, bitte überdenkt das nochmal, das ist nicht geil. Ist, glaube ich, wichtig in dem, was wir machen. Und ich kriege auch manchmal so, das schreiben die Leute halt dann anonym, aber da kriegt man so anonyme Nachrichten halt, dass so Leute schreiben, Alter, so ich danke, dass du das mal gesagt hast. Ich habe früher so und so gedacht, weil meine Eltern irgendwie mir das so eingetrichtert haben. So, ne, du verstehst, was ich meine? Und dann, also es ist auf jeden Fall cool zu hören, dass man, dass die Meinung und die Stimme und die Werte, die man vertritt, irgendwie andere Leute auch positiv beeinflussen. So, das ist auf jeden Fall auch noch eine coole Sache am Job irgendwie. Ja, wenn man auch, also wenn die auch merken, man ist jetzt nicht der Moral-Apostel. Ja, genau. Das ist bei mir auch so, dass ich dann auch sage, homophobe Witze sind scheiße, rechtsradikale Nerven-AfD ist scheiße. Da wissen die Leute, das ist meine Meinung, aber trotzdem bin ich jetzt kein Heiliger. Genau. Aber so eine Sache kommt halt nicht vor. Ist aber auch manchmal scheiße. Also so, ich habe auch manchmal zu genau diesen Themen auch manchmal Sachen, die ich sage, die scheiße waren. Das passiert aber auch einfach so, dass jeder Mensch hat mal, sagt mal irgendwas, was halt irgendwie dumm ist oder so. Und ich glaube, ja, also es ist ganz normal, dass man bei zehn Stunden labern am Tag auch mal drei Sätze raushaut, die ultra hohl sind zu wichtigen Themen. Das passiert halt. Hohlheit kommt oft vor in unserem Business. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, das kann manchmal, läuft das eben ein bisschen hohl ab. Digi, jetzt ist das schon vorbei. Geil. Das war es schon. Ging schnell. Richtig toll. Du bist ein toller Typ. Finde ich gut. Danke mal. Mach weiter so. Grüß auf jeden Fall deine Mutter, die recht hat. Mach ich. Schönen Gruß an deinen Vater auch. Ich glaube nicht, dass du die Ausbildung in deinem Leben noch zu Ende bringen wirst. Nee, Studium oder Ausbildung. Dann bring mal deinem Vater schon bei. Aber ich sehe da keine Hoffnung. Ich sehe da, tut mir leid, Papa, ich sehe keine Hoffnung. Und natürlich Gruß an die Freundin. Richtig aus. Da hast du aber, ich kenne sie jetzt nicht, aber hast du eine tolle Freundin. Bei dem Pensum, was du da, was du abfährst, irgendwie, Grüße an alle. Ja, die ist sehr verständnisvoll. Das muss man sagen, ja. Das brauchst du auch, Junge. Das brauchst du. Ich als vierfacher Familienvater würde aber dann auch noch sagen, geh bitte auch mal an die frische Luft. Mach ich. Und jeden Tag einen Apfel. Jeden Tag einen Apfel. Nee, dann bin ich allergisch drauf. Dann bin ich allergisch drauf. Den kann ich nicht essen. Birne? Habe ich auch allergisch drauf, aber ich esse jeden Tag meine Proteine. Achso. Meine Vitamine. Ja. Oder eine Beefy. Erst eine Beef, da ist auch alles drin. Die ist auch sehr gesund. Die ist sehr gesund. Beefy Ranger mit dem Brot drin. Oder Snickers, weil da Milch drin ist. Das ist auch gesund. Kalzium. Erst jeden Tag eine Beefy und ein Snickers und du wirst 100 Jahre alt. Ich spürge dir. Okay, Digi. Das war Papa Platt. Hast du einen Namen oder nennst du den nicht? Kevin. Kevin heiße ich. Kevin, wie weiter? Teller. Kevin Teller. Kevin Teller ist doch ein geiler Name eigentlich. Kevin Andreas Teller sogar. Kevin Teller ist so ein richtig geiler Name. Ja. Ja. Ja, ist witzig, ne? Kannst mal drüber nachdenken. Mach ich. So, gleich geht's weiter bei Feelings Deluxe exklusiv bei Amazon Music. Das ist die 100. Folge. Ich hab's aber noch nicht auswendig gelernt. Ist egal. So, Digi. Für den Teil hier erstmal danke. Danke dir auch. Du bist ein toller Typ. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber ist so. Weil ich glaube, jetzt haben wir so lange gesprochen. Ich hätte das, glaube ich, ich hab schon so viele Leute interviewt. Ich hätte das gemerkt, wenn du mir irgendwas vorgespielt hättest, weißt du? Wenn du so ein Schleimer wärst, der irgendwas erzählt, dann hätte ich, oh, ja, naja, das lobt er doch selber nicht, die Scheiße, die er da gerade redet. Aber du bist gut drauf. Finde ich gut. Danke, Mann. Hab mich auch sehr gefreut. Also, Herr Teller. Kevin. Mach's gut, Nachbar. Jo. Ciao, ne? Papa Platte heute bei Feelings. Mach's gut. Tschüss. Grüße nach Köln. Ciao. Tschüss. 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 Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener, Tim Kehl, Leonie Helling und Simone Terbrack. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Lue. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion, Kate Kugel und Inga Wessling. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung. Abonnasiuminte coastal bei DFB-IFB-IFB-IFB-IFB-IFB-IZB-IFB-IFB-IFB-IFB-IFB-IFB-IFB. Jetztossen Sie mir wirklich zum Glück, wie dich enth którym sehe. Wirider ane 1700s, was Yeshua- Naruto-Wordom. denn so informieren wir μαhin, Vielen Dank.